Kurz vor Weihnachten scheint sich eine fünfte Corona-Welle auch in Deutschland nicht mehr aufhalten zu lassen. Zu dieser Einschätzung kommt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD in Berlin. Nichtsdestotrotz müssen wir mit einer fünften Welle jetzt sicher rechnen. Wir haben in Deutschland mittlerweile so viele Omikron-Fälle auf der Grundlage von sogenannten Varianten-PCRs, die wir durchführen, aber auch Surveillance, also PCRs, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich die Omikron-Welle in Deutschland nicht mehr verhindern lässt und dass sie auch in Deutschland ankommen wird. Das wichtigste Instrument im Kampf gegen diese Infektionswelle sei eine besonders offensive Booster-Impfkampagne, fügt Lauterbach hinzu. Unser wichtigster Baustein, unser wichtigster Bestandteil der Bekämpfung der vor uns liegenden Omikron-Welle liegt darin, dass wir eine besonders offensive Booster-Kampagne fahren. Wie Sie sich erinnern, habe ich das schon vorgetragen in meiner ersten Bundestagsrede zum Thema. Und das ist die Strategie unseres Hauses. Es ist ganz klar, dass eine Booster-Strategie die Omikron-Welle nicht ganz verhindern kann. Aber sie ist das Wichtigste, was man tun kann, um zu verhindern, dass sehr viele Menschen schwer erkranken. Anders als bei der Zweitimpfung setzt die Schutzwirkung nach der Booster-Impfung den Studien zufolge bereits nach einer Woche ein. Lauterbach zeigt sich zuversichtlich, dass die angekündigten 30 Millionen Auffrischungsimpfungen seit Mitte November bis Weihnachten verabreicht sein werden. Und das ist das Wichtigste, was man tun kann.